Jetzt soll ich da runter zu den Feuerhund, oder? Da unten ist noch ein... Ein Bogenhaini, glaube ich. Ja, Leute! Äh... Scheiße. Okay, egal. Wenn jetzt hinter mir ein Bogenhaini ist, dann finde ich... Nicht verstanden da. Geh einfach. Ne Leiter! Natürlich war da ne Leiter! Hier müsste eigentlich ein Bogenhaini sein. Hä? Hat mich doch eben abgeschossen. Nicht, nein! Ich lebe! Ich wollte den Controller grad schon weglegen! Ja, ne Feuerhüterseele, nice! Nice! Bringt mir jetzt hier grade auch nichts, aber nice! Das bedeutet, mein Estos-Flakon wird plus zwei. Wo buch ich jetzt? Ja super, das bringt mir hier aber jetzt auch nix! Jetzt hab ich ne Feuerhüterseele, was bringen wir das? Nix! Wohin ich nen Hendedruck, was ist das denn? Geil! Das war's, oder wat? Hier geht's nie weiter! Oh Gott, hab ich mich erschrocken! So! Hier! Äh... Also, wir haben hier nichts! Nichts, ja? Nichts! Eigentlich müsste... Eigentlich von hier unten... Von hier unten hat jemand geschossen, wenn ich mich nicht ganz täusche, eigentlich! Was ist das hier eigentlich? Ich sag's doch eigentlich! Ähm, nix! Gut! Ist hier auch nix, dann gehen wir einfach weiter! Ich weiß nur nicht, wo dieses weiter ist! Ja! Ich weiß absolut nicht, wo dieses weiter ist! Ich spring da jetzt erst mal rum! Was ist da was? Nein, okay! Entschuldigung! Warte! Irritiert! Anlauf! Und... Das war mir fein! Versuchen wir's nochmal! Obwohl ich nicht glaube, dass es da weiter geht! Ne, kann ich nicht! Ne! Ähm... Dann kann ich halt da hinten rechts, komm ich dann hin, aber nicht links! Ich will grad gucken, ob hier links! Ne, komm ich nicht rüber, okay! Dann kann ich das auch vergessen! Äh... Jo, Leute! Ich hab ehrlich gesagt... Jo! Ich will jetzt aber nicht irgendwie wieder da dumm so ne Leiter vorsehen, oder so! Ey, sch... Der schießt jetzt nicht wieder auf mich, oder? Ne, okay, hier links hält das auch nicht mehr an! Ich hab den ja gekillt, okay! Ja gut! Und... Das war dann jetzt der Weg, witzigerweise! Das heißt, wir gehen jetzt den Weg, den wir eben die ganze Zeit gegangen sind! Moment, genau, die Leiter hatten wir nämlich gar nicht gesehen, also ich nicht! Dann war hier der Gegner, und dann kommen hier nämlich die Baumdinger, die uns jetzt nicht mehr stören, weil sie nämlich tot sind alle! Ich kann hier auch ein bisschen gechillt darüber gehen! Dann fall ich wenigstens nicht runter! Obwohl, ich fahr irgendwie gechillter, schneller runter als auch noch irgendwie! Okay! Ich würd' gerne zum Torfeln nochmal wissen! Wie hier weiterkommen? Weil hier... Oh! Ich würd' gerne zum Torfeln nochmal wissen! Wie hier weiterkommen? Weil hier... Irgendwie nicht! Ist da unten was? Ich seh' nichts! Hier... Hier war doch irgendwo ne Wand! Moment! Wo bin ich denn jetzt hin? Ah ne, da war noch ne Leiter! Die Leiter muss fehl... Fühlt ja... Fühlt ja noch höher! Genau! Ich bin grad überhaupt nicht mehr am Plan! So, hier war nichts! Da waren wir gerade da unten! Also müssen wir weiter hoch! Und hier... Ist jetzt ein Gegner! So, jetzt ist nämlich das große Problem! Obwohl, jetzt können wir uns ja ein bisschen genauer umgucken! Weil es nicht stört uns ja jetzt keine scheiß schießenden Viecher mehr! Aber es bringt doch alles nichts! Ist hier irgendwo eine Leiter! Nein! Sarkassen! Okay! Ist nicht wohin! Oh Gott! Ich weiß nicht wohin, Leute! Ich weiß es wirklich nicht! Also rüberspringen war ne scheiß Idee! Ich bin ja nicht mehr über die Hälfte gekommen! Deswegen brauch ich das auch gar nicht nochmal probieren! Auf den Rand kann ich mit Sicherheit auch nicht! Ziemlich sicher! Das wäre, glaub ich, einfach nur wieder ein sinnloser Tod! Noch ein sinnloser Tod mehr! Ja! Immer sofort so runterköttern! Hier auch nichts! Hier geht's halt... Führt der andere Baumbalken irgendwo anders hin? Das ist zum Teufel! Das ist doch nicht witzig! Das ist doch... Also... Wir haben den Baumbalken so programmiert, es ist wie ein Dreieck! Oben ist die Spitze! Die ist um 5 Grad nach rechts verdreht, was so viel bedeutet, wie wenn du auf der rechten Seite des Balkens anfängst zu laufen, ruschst du runter! Ja, ne, ist klar! So, ich muss aber irgendwie doch hier weiterkommen! Ach, das ist mir jetzt! Wir machen ja am nächsten weiter! Ich krieg ja sonst noch Kappels! Wohl, hol ich mir jetzt noch mal eine Seine! Wohl ich mal eine Seine! Wohl ich mal eine Seine! Wohl, fünf Tausend! Alles klar! Wir sehen uns hier noch nicht so wieder, bis dann bin ich schon wieder so weh! So, weiter geht's! Mit der Maus im Bild! So, wie alle professionellen Let's Player das so machen! Und wir... Wissen... Ungefähr... Wolang ich muss! Wo auch nur ungefähr! Wir waren nämlich schon richtig! Das war als... ...undintelligent! Ja, das war eindeutig grundintelligent! Und der Sound ist gerade ein wenig laut! Und ich bin immer noch vergiftet! Und immer noch... ...und weg mit der Vergiftung! Und wir... ...versuchen hier ohne Vergiftung weiterzukommen! Ja! Da sehen wir's schon! So... Hier hinten waren wir nämlich schon! Hier dürften wir jetzt eigentlich Freunden begegnen! Die wir schon kennen! Achtung vor dir links! Ja! Das war knapp, du kleines Arschloch! Ich muss jetzt ernsthaft gucken, wo du mit dir... So! Der Punkt ist, wir waren nämlich hier ganz richtig! Weil da ist das, wo wir hin müssen! Ja, komm ich da irgendwie hin? Hier waren wir schon! Fuck you! Nein, Vergiftung! So kleines, missrateles... ...Arschgesicht! Okay! Falsch! So! Ein erstes Flakon eingesetzt! Und weiter geht's! Ja, das war irgendwie nicht auffällig genug für mich! Das Ding da hinten! Ach, hier ist Vergiftungssuppe! Oh geil! Hier ist die Vergiftungssuppe weg! Und da fängt's wieder an oder was? Fuck you! Alter! Ähm... So, seid ihr irgendwie doof? Hoffnung! Mhm! Wir fissen uns hier! Quellgas... Fällt was? Das erinnert mich irgendwie an... Da, Dark Siders, Entschuldigung! Schwäche Zauberrei! Ja, super! Zauberrei habe ich nicht! Okay, die geben alle! Brauchst Pyromantien, da brauche ich nicht! Ich bin skill! Oder sind das die Viecher, von denen ich das Zeug kriege? Ich sterbe nicht, ich bin skilled! Ich seh' dich! Ich seh' dich! Nahkampf! Und hier haben wir durch den Nebel schreiten! So! Und was sehen wir jetzt? Das gefällt mir nicht! Das ist keine Spinne, oder? Oh Gott! Herr Dringer abklatschlage Boss! Was? Zum Teufel! Eine Feuerspinne! Die würde ihre eigenen Netze verbrennen, das ist... Da gibt's kein... Was bist du? Oh, sexy! Das ist zum Teufel! Da ist die tatsächlich nackt, ich glaub's... Ja, fahrt noch ein bisschen langsamer hoch! Ist überhaupt nicht... Versuch's mit einer Kamera, ist gut! Also einen Bogen, raus! Also komm, ich muss ja erstmal wissen, was die kann! Die kann mich töten! Aber... Holla! Ich hab' nur noch einen, ist das Flakon! Alter! Alter! Okay, die oben steckt grad zu! Sie sieht geil aus, muss ich mal ganz ehrlich sagen! Also... Ich mein... Alter! Alter! Okay! Okay, vor allen Dingen kann ich das nicht blocken! Das ist wohl mein viel größeres Problem! Hui! Die ist nicht schlecht! Die ist nicht schlecht! So! So! Mehr mach hin! Ja, das brauchen wir vor dem Bossfight, so oder so! Das kann ich ansonsten nicht! Das bringt nichts! Das schaff' ich nicht! Ohne... kann... mir wird nicht erlauben, hier noch sehr fehlen! Der war so doof! Ja! Wann soll ich sagen, ich kann mir nicht erlauben! Invasion was? Och! Das ist doch lame! Ohne Scheiß, das ist lame! Ohne Scheiß, das ist lame! Das ist lame! Ich hasse das Menschlichkeit, alter! Hehehehe! Spassvogel! Spass, alter! Hundesohne! Ich kann mich natürlich nicht hinsetzen! Na klar! Na klar! Spass, alter! Haha! Plus 8000 Seelen, du Bekacktab. Ja, Missgeburt. Oh, ich hab zwei. Könnt ich das für dich noch machen? Oh, ich brauch ein geheimes Ritual vorher. Denkt auch, ey. Er ist cool oder so? Fuck. Denkt er auch, Alter. Hauptsache, kommt der eiskalt? Jetzt hab ich im Moment 8000 Seelen hatte ich vorher. Und jetzt ist es, ich hatte null und ich bin gestorben, oder? Das heißt, ich hab echt 8700 von dem bekommen. Ja klar, ich bin ja bei der TUSS gestorben, richtig. Bei der Endpost bin ich ja gestorben. Da muss ich ja erstmal wieder hin, um meine Seelen zu bekommen. So, und genau das war, ja, das war gerade wirklich ein menschlicher Spieler. Also, für... Das war den meisten wahrscheinlich jetzt klar. Oh, trotzdem werde ich vergriffen. Ich muss mich vergriffen. Aber gut, dass das da steht. Das ist immerhin... Das wusste ich nicht, jetzt weiß ich's. Ähm... Ja. Hier haben merkwürdige Geräusche. Komm her. Ich hab ihn anvisiert und dann wollte ich eigentlich irgendwie rumgehen. Das wollte er natürlich nicht. Zähle mich doch gleich. Das... ja. Ah... Da ist der doch aunt... Da ist der doch einer. Aber... Supergeil, naja. So, willst du mich nicht nochmal... Inversieren? Invers... Willst du mich nicht nochmal versuchen anzugreifen? Deine Schlampe? Ich nehme an, es war nur sie. So saß zumindest. Obwohl, man kann nicht... Kann... konnte ich nicht genau sagen. Ist meine Vermutung, es war eine Frau. Also, es war nicht unbedingt ne weibliche Spielerin, aber es war ein weiblicher Charakter. Weibliche Spielerin... Und vergiftet! Yay! Ich krieg zu viel. So. Das gibt es nicht! Ich komm da gar nicht ohne Vergiftung drum rum. Da will mich nicht irgendwer... Die da hier angreifen. Ist das erste Mal gewesen, dass mich jetzt ein menschlicher Spieler angegriffen hat. Die Schlangen kommen, ist ihm nicht alles egal. Wer ist die wilde Mildwirt? Wer ist die wilde Mildwirt? Und warum war das so... Sie ist nackt. Moment, die hab ich doch eben getötet. Ahaha! Ahaha! Seriously? Hi! Ich hab kein Schild! Wo ist mein Schild? Wo ist mein Schild? Schlag zu. Ich hab die Attacke ja nicht mal gesehen. Wilder Mildwirt? Schaffst du die? Aaaaaaah! Naaah! Naaah! Heude nicht! Ich hab keine Seelen. Da kann ich auch schlecht was reparieren. Halt, wie viel kostet denn das reparieren? Nur ein kurzes Verpissen, glaub ich... Okay, geht noch. Ich bräuchte 3610 zum reparieren. Hast du von meinem Ujigatana? Für dieses Mal geh ich jetzt an, da würde ich nicht... Ich... Dings verschwende. Kann doch nicht sein. Ach, jetzt kommst du ernsthaft. Ach, jetzt kommst du ernsthaft. Och, ernsthaft! Ich kippe euch doch in Nerven. Dick deines Hähnens? Schuss auf. Ja! Hat's geschafft! Es ist möglich. Das war knapp. Hat keiner gesehen.